Die Privatsphäre Datenbanken der Regierung und das Internet, um Menschen zu identifizieren und Profile über die Bürger anzulegen, in denen alles über sie steht, über ihre Familie, ihre sozialen Kontakte, derartige Systeme zu unserem eigenen Schutz gegen den Terror zu entwerfen. Doch die Wahrheit ist, dass sie bereits an solchen Überwachungssystemen gearbeitet haben, noch bevor die ersten Terroristen zugeschlagen haben. Es ist Zeit zu handeln, den Regierungen der Welt zu zeigen, als Menschheit geeint zusammenzustehen und zu zeigen, was uns Freiheit wirklich bedeutet. Wir fordern Aktivisten rund um den Globus von Nord- und Südamerika über Asien, Australien und Ozeanien, vom arabischen Frühling und aus der EU, Teil des Protestes gegen den Überwachungswahn der Systeme zu werden. Handelt jetzt und verbreitet unsere Botschaft in eurer Muttersprache? Tragt eure Städte in dem Pad ein, das in der Videobeschreibung verlinkt ist. Eine Regierung soll ihre Bürger und deren Interessen schützen, nicht sie betrügen. Es ist unsere Freiheit und unsere Privatsphäre. Lasst uns als Menschen alle gemeinsam zusammenstehen. Lasst dies die größten Proteste in der Weltgeschichte werden. Lasst den 20. Oktober 2012 ein Tag werden, der uns immer in Erinnerung bleibt. Vereint werden wir bestehen, getrennt werden wir fallen. Wir sind die Bewohner der Erde, wir sind das einzige System. Wir sind die Anonyme. Wir sind die Legion. Wir sind die Legion. Wir können nicht vergeben. Wir können nicht vergessen. Wir können uns nicht vergessen. Wir sind die曾經. Wir können uns nicht vergessen. Wir können uns nicht vergessen.